Oh nein, könnt ihr das hören? Ist er zurück? Er ist zurück? Siren Head ist zurück! Denn Ladies und Gentlemen, ich habe im Internet neue Sichtungen von Siren Head gefunden, die ihr niemals alleine nachts anschauen solltet. Die Sichtungen sind ganz frisch erst vor kurzem passiert und wir gucken jetzt rein und schauen, ob Siren Head da draußen wirklich noch rumläuft. Wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr von Siren Head wollt, lasst einen Like, da schaffen wir 5000 Likes für Siren Head. Let's go, wir gehen rein! Okay, moin Meister, wer bist denn du jetzt? Patrick! Bro, wow, na, das bildet er sich ein. Ja, ja, das ist sich eingebildet, ey, ich wollte gerade schon sagen. Patrick geht's nicht ganz so gut. Wollte Wasser trinken, kriegt ein bisschen Kacke in Hose Angst. Ui, Maschallah, was da ein Fahrrad. Bruder Patrick, darf ich hinten draufsetzen auf Gepäck? Nein? Alles klar, dann auch rein, Bruder. Wollt ihr nicht mitfahren? Abgehoben, dieser Patrick. Das war ein Schrei. Oh, Bro. Der wirft sein Eier, der wirft das Fahrrad einfach um. Spinnst du, Patrick? Die Stimme? No, die Soundeffekte kommen! Siren Head ist da! Patrick vorbei. Patrick fängt an, wegzulaufen. Das Video ist erst einen Monat alt. Siren Head rennt durch Wald. Siren Head verfolgt ihn! Junge! Patrick läuft weiter. Siren Head, Digga, der geht ja ganz entspannt. Der juckt's ja gar nicht. Patrick rennt um... Geben wir ganz kurz festhalten, dass Patrick um sein Leben rennt. Er rennt wie Usain Bolt vom einen Ende zum anderen. Siren Head macht einfach Spaziergang, der so... Was geht ab, Alder? Schöne Zeit, ja... Ich werd dich gleich zertreten, Patrick, ja... Renn, Patrick, renn! Renn um die Kurve. Okay, yo, das sieht crazy aus! Siren Head mitten drinnen. Da liegen Skelette. Entspann, Bruder. Entspann, einfach mal ein fettes Skelett angelegen. Patrick, das war's mit dir. Ich will dir keine Angst machen, aber Bruder, du wirst gleich gefressen. Digga, wieso geht's, Siren Head nur? Wieso rennt er nicht? Ja, stark. Jetzt rennt er! Ja, entspann mal, Alter. Da hat er erst mal Patrick nen Zungenkurs gegeben, Alter. Oh, Baby, Patrick, dich wollte ich schon so lange abknutschen, Mann. Bruder, ein bisschen komisch, dass Siren Head nur rumgehen konnte und nicht gerannt ist. Aber Patrick, krasse Arbeit, krasses Video, Alter. Krasses Video. Wir gucken uns die nächste Sichtung an. Nächste Sichtung. Das hier ist der junge Manfred. Manfred macht sich ein Süppchen in der Natur. Denn Manfred liebt Süppchen. Digga, der macht hier wirklich Suppe. Nee, das ist Kaffee. Kuchen? Nee, warte, Kuchen ist nicht flüssig. Was rede ich? Was macht er sich? Kaffee. Manfred und der Kaffee. Siren Head kommt, Manfred, pass auf! Oh mein Gott, Bro, er ist direkt hinter ihm. Oh mein Gott! Das war's, Digga. Warte mal, okay, warte, stopp. Wieso war seine Hose braun? Nein, 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 Bro. Okay, wieso war seine Hose braun? Bisschen Kacke in Hose. Kann ja mal passieren, oder? Bisschen zu viel Angst. Da geht erst mal ein dickes Moinmeister raus. Ja, Manfred, da brauchst du jetzt auch nicht mehr laufen. Das, äh, die Hose ist schon voll. Manfred rennt. Er rennt trotzdem weiter. Dreht sich im Kreis. Äh. Ja, er rennt weiter. Jetzt halt. Ich hab die ganze Zeit die Vorstellung, wie er sich die Hose macht, Bro. Nein, bleib stark. Manfred, ich glaub an dich. Auch wenn die Hose voll ist. Oh mein Gott, Digga. Siren Head kommt hier rein, auf die Zunge laufen. Junge, Manfred, runn! Schneller, Minion. Hinter Bäumen verstecken. Digga, da sieht doch jeder dich, Manfred. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, Siren Head ist wieder blind, Alter. Ah, sorry, hab vergessen. Siren Head einfach blind. Dreckberg? Kleine, äh, oh, oh, die Drehung, Digga. Was war denn da los? Jemini, jey! Dreh dich, die Nose, go! Er steht auf Straße, winkt. Okay, ja. Ah. Äh. Okay, Digga, was? Alter, was? Was ist hier gerade passiert? Oder wurde der Dude einfach von dem Autograb umgefahren und Siren Head dachte sich so, ach, moin, Digga, das Auto hat meinen Job erledigt. Und weiter geht's. Siren Head, du hast dich ein bisschen verändert, kann das sein? Setz dich gerne mal zu uns. Wir reden ein bisschen, wir quatschen, okay? Komm einfach her. Komm, weiter geht's, Alter. Nächste. Bin gespannt, bin heiß. Oh, oh. Digga, das ist wieder... Wie hieß der? Alex? Patrick? Patrick? Oder? Da ist doch Patrick, Digga. Ich erkenne das Gesicht wieder. Das ist wieder Patrick. Patrick von vorhin. Ist wieder auferstanden, oder? Oh, damn, Patrick. Mini Siren Head? Was? Wir haben zwei Mini Siren Heads. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Digga, wieso wird es so laut hier? Was passiert hier? OMG. Digga, die Minis, es gibt Mini Siren Heads mittlerweile. Der hat einfach Kinder auf die Welt gebracht. Der Brie hat es sich gut gehen lassen. Bro, wie viele Mini Siren Heads sind hier? Was zum Teu... Alter, das ist ja voll creepy. Nah, fam, das ist super creepy. Bro, nein, 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 nein. Das... Oh, my God. Was? Da oben war der Mini Siren Head. Oh, my God, der wird verfolgt. Digga, no freaking way. No freaking way. No freaking way. Renn, 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 bruder. Renn, 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 renn. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, Diggi. Zieh durch, Diggi. Oh, Bro. Patrick, versteck dich. Minion. Oh, er wird so gechased. Das war's mit Patrick, oder? Das war's mit Patrick, oder? Der, ich glaube... Oh, Bro. In den Wald. Oh, Digga. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, ja, okay. Bro, warte. Nein, das ist nicht sein, Digga. Ja, genau. Genau. Ey, nee, Bro. Nee. Nee, ey. Ja, jetzt ist er hinter dir, Bro. Ja, besser ist es, Alter. Siren Head. Das war's mit Patrick. Und Patrick kommt. Oh, nein. Oh, nein, Patrick. Auch ein Bruderherz. Äh. Was ist denn das jetzt? Bro, wer ist das jetzt? Hä? Wir waren der Bruder. Nee, Bro, wer war's? Auf einmal reißt der Siren Head seinen Kopf ab und feiert und alles ist gut? Digga, der kann froh sein, dass er nicht diese 10 Mini-Siren Head auf denen gejagt haben. Alter, das wäre viel schlimmer noch gewesen als ein großer, die zu den. Bro, aber was war das? Also, ich habe keine Ahnung, was das für den Scheifer hat. Wieso der den Kopf abgerissen hat. Ich kann's dir nicht sagen. Moin. Bisschen am Wasser chillen. Sehr gut. Oder nur... Ey, ich dachte, der flippt jetzt in einem... Zwei! Schön, besser ist es. Jetzt kommt, drei. Nee, Handy. Wer hat geschrieben? Tinder-Match? Was ist da los? Tobias, erzähl uns. Wir wollen wissen. Tobias. Tobias geht. Tobias geht. Hebt einen Zettel auf. Wir gucken. Was steht da oben? Paranormal Sightings. Submit a real photo. Oh! Okay, also wenn er ein echtes Bild von Siren Head machen würde, würde er Cash bekommen. Eine Moneta-Salter. Money, money, rain, rain, rain. Bin gespannt, ob er jetzt ein Bild schießen wird. Ob er Siren Head sehen wird. Was passieren wird. Tobias guckt in den Wald hinein. Oh, wie heißt das? Blut? Tobias? Ayy, caramba, Tobias! Okay, warte mal. Können wir ganz kurz eine Reaction festhalten. Er findet ein Shirt mit Blut. Stellt euch mal vor, ihr läuft draußen auf einer Wiese und seht auf einmal ein Shirt mit Blut. Wäre das eure Reaction? Ich glaube, das war es voll an dem Video. Tobias? Du legst einfach wieder hin. Juck ihn nicht. Der so moin sehe ich jeden Tag, Alter. Blut verschmiertes Shirt. Nichts Neues. Überall hier. Tobias sucht. Ist da hinten nochmal? Da lag nochmal sowas weiß. Habt ihr das gesehen? Tobias macht den Nachdenker. Er denkt nach und schaut in die Ferne. Oder? Tobias, was ist denn jetzt los, Alter? Da hat eine Frau geschrien. Und er ist einfach nur verwirrt. Er so, Bro, wo habe ich nochmal meine Playsi hingelegt? Ich muss Fortnite zocken, Bro. Ein Schuh. Ja, ganz entspannt. Ah, Digga, die Schuhe würde ich aber... Ach, das waren schlechte Schuhe. Lohnt sich gar nicht. Der guckt entsetzt. Er denkt sich so, was ist hier los? Menschen sachsen die noch mal. Das kohle nicht sei, Alter. Siren hat die los. Oh mein Gott, Siren hat ist da. Hand geht hoch. Er macht Gang Sign. Gang, gang. What's poppin', Siren hat? High five? Nee? Warte mal. Warte, okay. Bro, was ist das für ein Video? Hat gerade Siren hat unter seine Achseln gerochen? Hat, warte, was? Hat gerade Siren hat unter seine Achseln gerochen und dann die Schulter gezuckt ein auf... Wieso stink ich? Was? Digga, ich bin super verwirrt. Ist das irgendwie ein... Ist das irgendwie... Siren hat seinen Bruder oder so? Äh. Okay. Wir laufen den Berg hoch. Renn. Renn, Tobias. Renn. Renn, Tobias. Renn. Renn, Tobias. Nichts da. Alles still. Oh! Digga. Hä? Okay, Bro, ich bin super verwirrt. Wenigstens kann der Siren hat rennen. Wenigstens kann der rennen. Muss man sagen, wie es ist. Aber ich... Also... Okay, er versteckt sich im Gras. Siren hat läuft vorbei. Alter, Digga, der Siren ist ja der größte Goofy überhaupt. Das kann... Bro, das ist der verlorene Zwillingsbruder von Siren Head, Alter. Niemals ist das der echte. Da ist er. Er rennt wieder. Digga, wenigstens kann er aber rennen. Das muss man einfach wieder... Tobias rennt weiter. Siren Head rennt hinterher. Was wird passieren, meine Damen und Herren? Spannendster, epischster Kinofilm, den ich je gesehen habe. Wir verstecken uns hinter dem Berg. Sirene geht los. Siren Head, Sirene geht los. Siren Head rennt wie ein Goofy um die Ecke. Wir haben uns versteckt. Erfolgreich, Mission abgeschlossen, oder was? Tobias rennt weiter. Um die Ecke. Da steht er! Digga, der... Wieso riecht er... Der riecht an seinen Achseln? Hat Siren Head gerade in seine Hand gefurzt und an seinem eigenen Furz gerochen? Digga, ich glaube, Siren Head hat der ganze Fame nicht gut getan. Dieses ganze Alter, er ist der bekannteste Monster-Ding hier auf der Welt. Bro, das tut ihm nicht gut. Guck dir mal an. Ich erkenne ihn nicht wieder. Bro, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Skelett. Da lagen Skeletten. Siren Head rennt wieder wie ein Goofy hinterher. Tobias rennt weg. Siren Head ist schneller. Tobias rennt gegen die Wand. Das war's. Und tot. Äh. Ja! Da wollte er uns auch noch wegsnacken. Gut, also ich muss sagen, die Sichtungen von Siren Head im Jahr 2023 sind sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Oder was ist das? Ich... Also ich bin ein bisschen verwirrt. Bro, der alte Siren Head hat nicht in seine Hand gefurzt und dran gerochen. Wer furzt in seine Hand und riecht dran? Äh, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt, Alter. Siren Head, Bruder, dem geht's nicht gut. Komm, wir gehen mal zum Arzt. Wir gucken, ob du schnupfen hast. Das war's für die Video für heute. Aber wenn's euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnet den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Hier sofort. Und sonst gibt's eine kleine Stelle von mir. Wopam! Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss!